Die Maischen sind jetzt geräbelt, vor einigen Tagen, und die vergehen ohne Häfen und auch ohne Schwefel. Ich werde jetzt zwei, drei Tage rennen, ob ich sagen, zu gern. Und dann, so als ich was gemacht werde, die Maischen untergestoßen, dass die Schale wieder in Saft eingetaucht wird, und dass mehr Extraktion von den Genozialinen, von den Vorstoffen, in Mordsteiningen. Und dann bleibt die Maischen circa drei Wochen, wenn er noch, bis Quatsuk und auch wenn er nicht. Dann ist die Vermehrung abgeschossen.